Komplit ist das GEMA-freie Musikarchiv des Kaiser Medien Verlags und der Studiostandard für Radio, TV und Industrie. Über 4.500 GEMA-freie Tracks von Klassik bis Pop, Sounddesign, Effekte und Atmosphärs lassen keine musikalischen Wünsche für die professionelle Vertonung offen. Alle Musiktitel sind vom Filmkomponisten Johannes Kaiser und beinhalten sein Gesamtwerk, das in mehr als 30 Jahren entstanden ist und regelmäßig erweitert wird. Sie kaufen direkt beim Urheber und hier steht Rechtssicherheit an erster Stelle. Geliefert wird Komplit in zwei Versionen, auf USB-Stick mit MP3-Dateien in höchster Qualität oder als Broadcast-Wave-Dateien auf USB-Festplatte. Alle Musik-Files können von den gängigen Schnittprogrammen verarbeitet werden. Dabei lässt sich Komplit in alle gängigen Produktionen, Produktionsumgebungen und Computernetzwerke einbinden. Es gibt drei Lizenzmodelle. Die Leitlizenz ist für Video-Amateure und erlaubt die öffentliche Vorführung sowie die Veröffentlichung der fertigen Filme im Internet, zum Beispiel auf YouTube. Die Standardlizenz erlaubt zudem den Verkauf der fertigen Filme, auf Datenträger oder online. Die Professional Lizenz ermöglicht zudem die Vertonung für Kunden und die Freistellung der Auftraggeber. Für alle Versionen gilt, einmal gekauft können alle Musiktitel immer wieder weltweit und zeitlich unbegrenzt eingesetzt werden. Sie erhalten ein entsprechendes Freigabe-Zertifikat des Komponisten.